Neben der Gegenfrage, gibt es hier überhaupt irgendetwas? Zlimmer, ah ah, da muss man gar nicht da oben lang. Ah, jetzt verstehe ich auch, was man hier mitmachen soll. Wie soll der Weg nach oben geleitet werden? Damit dann auch solche Idioten wie ich dann das eben halt machen können hier. Geht doch. Ich weiß nicht, was ich hatte. So, erstmal zu oben hin. Dann bin ich jetzt hier. So, weil ich jetzt sagen muss, die Gegner sind ja echt. Also da merkt man schon, dass wir da ein bisschen parallel auch zum ersten Teil noch mal machen sollten. Finde ich eigentlich sehr persönlich. Ich meine, dass Gegner aus dem ersten Teil jetzt mit dabei sind, haben wir uns natürlich A, Arbeit gespart. Also in Wittler und B freut man sich natürlich. Hey, es gibt wieder Gegner, die man auch aus Z1 kennt. Hier komme ich jetzt zu dir rüber. Kann ich doch nicht einfach so abwarten. Doch, geht. Ja, so kann man es natürlich auch lösen. Mit den Bämstern. Tür auf. Spot on. Oh, holy shit. Shit. Klappt er doch eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Was bist du denn für einer? Ein wilder Pirsch! Ich kann doch mal ne Aufgabe erfüllen. Ich erinnere mich irgendwie an die... ...Ficher aus... ...Dunstlosen-Sympanien, wo ich es hat. Fischknochen! Ich finde es schade, dass man nicht mehr so gut wie bei jedem Gegner, wenn man so einen Kreis unniet. Aktionen mehr machen kann. So, zwei Kisten. Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2. Inhalts checken. Oh. Oh. Die ist zwar jetzt nicht so gut wie meine Todesengelsachen, aber Tropfen. Oh, die hat sogar leichte Ähnlichkeiten mit der von Krieg. Also, die Kriegssensen. Nein, ich damit. Ach, ne. Da hole ich jetzt aber meine Todesengelsensen raus. Oh, 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 oh. Ah, komm, Jörg, forget it. Okay, jetzt wird es mir aber langsamer. Das ist mir aber sicher mal ein bisschen zu gefährlich. Äh, wo finde ich denn da? Wie kann ich das denn jetzt da dran setzen? Das muss doch irgendwie zu machen sein. Die Brüllen, 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 Brüllen. So, aber wie kann es? Ich muss doch irgendeine Grenzen da reinlassen. Wie geht das? Ist sie auch gerade? Das geht ja auch anders. Weisenhandschuhe. Oh. 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 Ich hätte mich wohl nach dem Kampf hier beschäftigen müssen. Und zwar jetzt. So, jetzt aber... Weisen-Schiltertuch. Oh. Oh, cool. Oh. 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 So kann man auch so ein bisschen... ... ... nutzen... ... ... ... ... ... Ripper gestartet, ja den kann ich noch nicht aktivieren. Da müssen... Hm. 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 Hmm.